Hallo zusammen, wenn auch ihr jetzt einen Beta-Zugang für World of Warcraft Dragonflight habt und wissen wollt, wie viel Schaden eure Klasse macht, mittlerweile mit der Skillung, was auch immer ihr ausprobieren wollt, dann braucht ihr natürlich ein Damage-Meter wie Details. Das führt aber aktuell, wenn ihr die aktuelle Version zumindest nehmt, von auch Shadowlands zu Fehlern wie bei mir. Jetzt, dass man einige Meldungen hat oder hier ein Fenster nicht wirklich nutzen kann, also ich kann jetzt hier nicht wirklich sehen, wenn ich jetzt angreifen würde, wie viel Schaden ich mache. Außerdem ist alles hier im Weg, ich kann es nicht wirklich kontrollieren. Dafür habe ich die Lösung für euch. Es gibt zwar ein, zwei Hinweise im Internet, dass man es nochmal manuell einfach rüberkopieren soll, das ist aber nur die halbe Wahrheit. Es gibt extra eine Version für Dragonflight und zwar gehe ich hierzu auf Curseforge und öffne dort oder suche dort nach Details im Damage-Meter. Hier hätten wir jetzt die normale Version für 9.2.7 Shadowlands also, haben hier aber den Bereich Files, wo die einzelnen Dateien in einzelnen Versionen abliegen, also wo man auch vorige Versionen runterladen könnte. Und wir haben hier aber auch die Dragonflight-Versionen für die Beta. Und da nehme ich jetzt einfach die aktuellste Datei, lade ich einmal runter, soll auch über Curseforge gehen, aber ich mache es jetzt hier in dem Punkt lieber manuell. So, wenn der Download abgeschlossen ist, gehe ich in meinen Download-Ordner und müssen hier die Dateien dann in den Add-On-Ordner kopieren. Was hier auf jeden Fall wichtig ist, der Ordner für die Beta ist in eurem normalen World of Warcraft-Ordner, dann die Beta und dann Interface-Add-Ons. Und wenn ihr da noch ein Details oder einige Details-Ordner habt, wie ich, von dem, was jetzt nicht funktioniert, einfach löschen. Dann kopiere ich hier von den Downloads meins rüber, beziehungsweise extrahier das. Kleinen Augenblick, warten sind natürlich einige Dateien. Jetzt werden die wahrscheinlich, ja gut, sind jetzt hier einmal drin, schneide ich aus, füge sie so rein, die kann weg. So, und rein theoretisch müsste jetzt schon Reload mittlerweile reichen, sodass ich gar nicht mehr neu starten müsste. So, das ist nochmal eine normale Fehlermeldung, keine Ahnung, wer die kommt. Aber wir sehen, ich habe jetzt hier mein Details, kann auch nochmal in die Optionen gehen, könnt hier dann rumspielen, kann auch jetzt einfach mal irgendeine Chansfähigkeit machen. Man sieht schon hier, dass jetzt auch das Streamer-Plugin kommt mit. Ja, und hier sieht man den Schaden, welche Fähigkeit ich eingesetzt habe, kann ja noch ein bisschen mehr machen, wie viel DBS das macht und so weiter und so fort. Also, jetzt funktioniert Details und das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich hoffe, dass es euch jetzt geholfen hat, wünsche euch viel Spaß in der Beta, danke euch immer fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.